Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft 2 Reworld ja es ist wieder einiges passiert in der Zwischenzeit ja ihr seht ich bin ein paar mal gestorben ich bin sie nicht schrecklich und dann soll man sagen wir haben Angst vor Spinnen haben Nein das ist unglaublich ich will es nicht mehr mit dem Skelett zu tun dann zeige ich euch jetzt mal was in der Zwischenzeit so passiert ist und zwar ich habe meinen Keller weiter ausgebaut also hier fehlt natürlich noch eine Wand und ein bisschen da ist mir da die Kohle ausgegangen und hier ist dann bis zum Beitrag runter da fehlt auch noch ein bisschen was ja ähm mhm sonst habe ich nicht mehr viel passiert ach stimmt es ist noch was passiert noch eine Kleinigkeit die ich gemacht habe erstens habe ich ein bisschen in den Konfigs rumgestellt zweitens so habe ich hier eine Brücke gebaut die halt hier rüber geht das ist so dass wir auch die andere Seite betreten können hier war halt eine relativ dünne Stelle vom Fluss und auf relativ gleicher Ebene und deswegen habe ich die Stelle halt gewählt ja ähm oder vielleicht sollte ich mal was essen dann was aber nicht funktioniert und zwar wollte ich weil hier immer so viel zum Missumlauf wollte ich die zu einem bisschen ablenken wollte sie noch da drüben ablenken aber da funktioniert das nicht das ist ein bisschen schade ja ich glaube in dieser Folge könnten wir mal so ein Battle Tower probieren weil ich bezweifle dass ich da sehr weit komme das ist gleich die erste Stufe so ja da ist das Spiel ist bei der Rückgang so wirklich viel ist hier nicht drin paar Sticks in Zukunft und ist rupen ein kleines Kindes es war wirklich vielleicht ist doch ein Betteltauer-Moment noch keine so gute Idee ich glaube ich lasse das lieber die Finger davon sonst sterbe ich noch naja stattdessen könnten wir theoretisch ein bisschen erkunden gehen was glaube ich auch ganz interessant sein könnte ja also ich bin schon ein bisschen hier oben gefahren hab so ein bisschen für was rausgesucht so ja ein bisschen ach so die sind unter mir ja also naja ähm wie sie sich ist ziemlich viele Betteltau also wir haben genug Auswahl und wenn wir mal dann den richtigen Morph haben können wir theoretisch auch einfach mit der Filtermaus hoch fliegen um den Post bis sie in Schildkisten und hier ist noch so ein Wüstendanschen den könnten wir auch mal machen Wasser runterfallen, das müsste auf die Druckplatte weggeschwemmt werden. Ein bisschen Gold, ein bisschen Eisen, ein bisschen Gunpowder, von dem Zeug, Obsidianstiefel der Hölle, plus zwei Rüstungshärte. Germanicus, könnte man ja mal reinmachen, jetzt müssen wir auch mal kurz ein bisschen was auslagern. Scheiße, ich habe schon wieder vergessen, meinen Rucksack aufzusammeln, als ich das letzte Mal gestorben bin. Obsidian Brustpanzer der Hölle. Ja. So. Die Devils schon mal mitnehmen. Ich bin auch... Na ja. Flamme, na ja, na ja. Da können wir die Druckplatte wegtun. Da. Können wir das da weg tun, das da, das da, das da, das da, das da, das da noch rein. Drei Diamanten, die nehme ich natürlich. Ja. Blutflasche. Das ist glaube ich auch ganz hilfreich. So. Ähm. Und ich glaube, ich nehme lieber... ein bisschen Dirt mit, anstürt, von, was zumal rauf. Vielleicht spinne ich auch ein Säuer. Da nehme ich meinen Dirt wieder. So. Und dann stecke ich mich hoch. So. Und dann sicher lesen, ob das hier nicht noch reinfallen. So. Und dann habe ich den erforscht. Schauen wir mal nochmal da auf der Höhe, ob hier irgendwas noch ist. Da vorne ist eine Oase, da ist manchmal etwas. Mhm. Ähm. Naja. Sieht aber jetzt wohl eher nicht so aus. Doch, da ist ein Dorf. Wobei ich nicht glaube, dass es wegen der Oase da ist. Aber ist doch schon mal etwas. Mhm. Hat keine Schmiede, naja. Karotten könnte ich nehmen. Nicht... Ähm. Dann pack ich mal die Sieg weg. So. Bei Karotten... Bei Karotten... So ein bisschen das da, was... bei... bei mir komischerweise nicht drin ist. Ich glaube, dass das da nicht wächst. Vielleicht, wenn ich mehr habe. Vielleicht, wenn ich mehr habe. Weil es liegt wahrscheinlich auch eher an der Jahreszeit, dass das da nicht wächst. Wie lange haben wir jetzt schon 53. Das ist doch gut. Ja, jetzt auch noch was. Jetzt der Karotten reicht, glaube ich. Oh, jetzt ist schon wieder... hm. Putzen. Drüben sollte irgendwo das Haus sein. Man. Was ihr seht, ich hab dieses Enderman Hauspad gefunden. Das ist natürlich schon sehr praktisch. Und dann da... schnell. Scheiss mal. so die hinzu was passiert ist jetzt bin ich drin jetzt kann ich auch schlafen ihr seht ich musste leider einen anderen Skinner nehmen also einen anderen Morph ich kann es euch mal kurz zeigen weil es gibt nämlich richtig doofen Back und ich weiß nicht woran liegt er liegt nicht am Metamorphen um den Auszug ich werde als Spieler ihr seht drei Herzen den Ruhm doofen Back in den Notpack und deswegen laufe ich jetzt als Zombie rum das ist einfach nur blöd es ist so was ist halt einfach nur beschwört so also hier haben wir sehr viel die Mobtubs jetzt haben wir schon mehr alten Stickern wir haben Exakt 1 der Gunpowder Gunpowder muss noch irgendwas da rein ich schau wo ist das hier meine Fackeln gewesen da werden sie wissen da kommt das Buchen kommt dann noch irgendwas da rein kommt dann noch irgendeiner dieser Blutstrang das da kommt da hin das da kommt da hin das da kommt rein dann okay dann habe ich anscheinend noch keine Rüstung kommt auch für sie erst erst mal da rein weil ich kann mit der im Moment noch nichts anfangen ich kann mit der im Moment noch nichts anfangen TNT packen wir mal da rein das dann da rein und dann packen wir mal das da und pflanzen dann mal die Karotten rein das ist mein Rucksack den habe ich in einem Dorf gefunden und ich habe den anderen Rucksack dann das Problem ist ich weiß nicht wo sie hat das Schlimmste daran es ist einfach nur ich denke da auch einfach gar nicht dran ich denke immer der liegt als item mit dabei aber der wird ja hin platziert so nur zu sein ich bin die Karten sind die Städiger ich bin es aufgeben das fällt weiter Tja, mhm. 34 von denen, das reicht, das da aufzufüllen. Tja. Tja, mhm. Naja, naja. Die Felder sind schon teilweise echt anstrengend, die zu erhalten und wieder aufzubauen, weil jetzt habe ich sie geschafft. Das ist ja alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Übrigens in der letzten Folge waren ja diese Tiere, die immer alle infiziert waren. Ich weiß jetzt warum das war. Das ist halt, irgendwie ist der Effekt einfach nur nervig. Aber man kann leider nichts zu ändern. Und die Kiste ist auch für mich so oben. Super. Super, 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 super. Mh. Super. 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 bis zum Platz jetzt mache ich halt das für was die Baumwolle ja die Baumwolle ursprünglich gedacht Fäden herstellen nicht das wirklich ernst nehmen in hohen Massenbrauch ja was wollte ich jetzt stimmt ich erinnere mich da muss ich woanders hin so wie steht mit diesem Topf her 4 Ziegel 4 Ziegel und ein Stick so jetzt wird dann hier erst mal die Brühe ganz oft hergestellt und dann brauche ich noch Tomaten alle meine Tomaten und die platziere ich dann hier ne die muss ich so aufteilen kommt dann die Suppe da hinten so und jetzt habe ich wieder mal ein Standard dessen die Garten Suppe die eigentlich theoretisch sehr praktisch ist glaube ich habe an was nicht gedacht ich glaube ich bin ja ja in der anderen Welt hatte ich hier so Kisten immer daneben stehen mit dem jeweiligen Futter aber das geht ja jetzt nicht naja die Schweine sollten sich mal fortpflanzen irgendwann muss ich Ersatz schaffen das füllen das ist das ist das ist das ist das ist die Pferde haben sich mittlerweile hochgehalten, das ist gut, das mit dem Sattel ist gezähmt, das andere nicht, das ist halt so, ja ich war nochmal ein bisschen Eisenfarmen, halt wie ich die Mine gegraben hab, kam das halt raus, also das ist nicht viel Arbeit dieses Eisen zu formen, äh ja, hier, hier wieder, wir könnten mal was Neues, und zwar könnten wir mal ausprobieren, ja, also es gibt die verrücktesten Sachen, hier, aber leider, das wird man nieавно graphen können, weil diese Discop both, da gibt kein äh, kaufte fautrezept, naja, natürlich woge ich bin, auf dieser Seite, noch eine fliegende Badewanne, wahrscheinlich ist es eine Fliegende Badewanne, aber brauchen wir, also ich persönlich nach dem vielen Aufwand die man mit dem Skelett Köpfe fahren muss will ich glaub den ihr das da nicht verschwinden jedem seins und der Mod ist ja allgemein eher fürs Endgame gedacht ich hab den jetzt ja schon runter getan das man den hier zu verwenden kann ich finde den eigentlich einen sehr schönen Mod und wenn man den nur im Endgame verwenden kann finde ich es halt blöd verkauft die Städte Felsen das ist ja nicht so toll aber ich glaube der Aufschrauder den kriege ich dann nicht mehr und immer drauf aber wahrscheinlich ist das eh eher für Boote oder so gedacht naja ich überlegs mir mal in der Zwischenzeit und dann zeige ich euch das Ergebnis in der nächsten Folge also macht's gut, abonniert gerne um nichts mehr zu verpassen gebt gerne ein Like schreibt gerne einen Kommentar warum und wieso ihr ein Like oder Dislike oder eben nicht gegeben habt bis zur nächsten Folge Tschüss